Wir lassen den im Original und zeigen jetzt mal, dass das gerecht ist, dass das gleiche mit dem ist. Wir müssen das mal rausschrauben. Das ist auch ein ähnlich zugeschraubt mit der Handball. Dann drücken wir das hin. 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 Das sieht man auch nicht. Zuerst immer das Wasser und so geht es halt zum Schäumen auffahren. Wie viele Richter gehen da jetzt rein oder was ist das? Ein Liter ungefähr. Also vieles, was daneben geht, ist auch nicht so schlimm, ja? Ja, es muss draußen. Ein schmäleren Trichter oder irgendetwas machen, dass das pilotiert werden kann. Dann gibt man, entweder man hat eine ruhige Hand, dann kann man so reingehen oder man nimmt einen Trichter. Dann gibt man so eine. Dann nimmt man das. Jetzt kommt es, ja? Dann brauchen wir zwei Varianten. Entweder den Kompressor mit dem Wind, ja? Oder, das ist eine Atemluftflasche. Dann kommt es, ja? Die ist eingestellt zwischen, ungefähr zwischen 15 und 18 Bar. Ja? Man steckt es da drauf. Passt? Nein, passt nicht. Stärker noch. Ja? Super. Dann dreht man da drauf. Dann dreht man da drauf. Dann dreht man da drauf. Dann drückt man da drauf. Und man hört das. Und wenn das aus ist, ja? Das Zwischen, dann ist Druck ausgeigt. Und ihr seht es da. Und ist das im grünen Bereich der Zeiger. Okay. Ja? Ja. Also es ist fertig, ja? Das kann man nicht um die Ahren fliegen. Prost. Nein, das kann man nicht um die Ahren fliegen. Dann dreht man da zu. Ja. Dann dreht man da zu. Ja. Dann dreht man da drauf. So. Nein. Dann drückt drauf. So. Und jetzt ziehst du es runter. Einfach so runterziehen. Ja. Also nicht drauf drücken und gleichzeitig dann geht es nicht. Das ist ein Sicherheitsventil. Ja. Ja. So. Dann kommt der drauf. Dann wird er noch gesichert. Und nicht da unten irgendwo so hin oder da oben einfallen. Ja? Jetzt ist ja... Jetzt kann nichts sein. Da gibt es den entweder... Ein Splint, ja? Nein, so einen Splint, den besorge ich euch noch. Ja? Weil die in St. Böten, die kaufen das auch. Also da kriegt ihr so einen kleinen Splint, dann ist er gesichert. Ja? So. Jetzt, dass wir auch sehen, dass das auch funktioniert. Dann mal irgendwas reinigen. Und man holt sogar, wir können es einmal so, irgend so viel Splint schalten. Ja? Klar. Das passiert. Genau. Ja?